Hey, schön, dass du wieder da bist. In diesem Video wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie man Brüche subtrahiert. Subtrahieren, das weißt du sicherlich, ist in der Mathematik der Fachausdruck für Minusrechnen. Schauen wir uns als erstes mal an, wie man einen Bruch von einer natürlichen Zahl subtrahiert. Hier haben wir die Aufgabe 1 minus 3 Achtel. Hätten wir jetzt eine Pizza, könnten wir die erst einmal in 8 gleich große Stücke schneiden. Denn hier geht es ja um Achtel. Dann würden wir von den insgesamt 8 Achtelstücken 3 Stücke wegnehmen und würden sehen, dass wir noch 5 Achtelstücke übrig haben. Aber leider haben wir in Mathe nicht immer eine Pizza dabei. Aber auch ohne Pizza müssen wir als erstes die 1 in einen Bruch umwandeln. Und da es hier um Achtel geht, wandeln wir die 1 in Achtel um. 1 ist ein Ganzes und ein Ganzes in Achtel sind 8 Achtel. Wir rechnen also 8 Achtel minus 3 Achtel. Ihr seht, wir haben jetzt wieder zwei gleichnamige Brüche. Die haben beide die 8 unten im Nenner. Und wie beim Addieren auch, bleibt auch beim Minusrechnen der Nenner einfach wieder stehen. Und oben 8 minus 3 rechnen wir einfach aus. Das sind dann 5 Achtel. Ihr seht, auch beim Subtrahieren ist es also wieder wichtig, den gleichen Nenner zu haben. Hier bei diesem Beispiel müssen jetzt zwei Brüche mit unterschiedlichen Nennern subtrahiert werden. 5 Sechstel minus 1 Drittel. Als erstes müssen wir diese wieder gleichnamig machen. Wenn du nicht mehr genau weißt, wie das geht, dann schau nochmal beim Video 3.3 vorbei. Ein gemeinsamer Nenner von 6 und 3 wäre die 6. Denn die kommt in beiden 1x1 Reihen vor. 5 Sechstel passt also schon. Da müssen wir nichts mehr machen. Die 1 Drittel nehmen wir oben und unten mal 2. Denn die 3 passt zweimal in die 6. Das sind dann 2 Sechstel. Jetzt, da die Brüche gleichnamig sind, können wir den Nenner wieder beibehalten und oben einfach die beiden Zahlen Minus rechnen. 5 minus 2 sind 3. Also lautet unser Ergebnis 3 Sechstel. Das können wir jetzt noch mit 3 kürzen. Also oben und unten geteilt durch 3. Das Ergebnis lautet dann 1 Halb. Wer bei der Addition genau aufgepasst hat, weiß, dass uns jetzt noch eine Variante fehlt. Richtig, wir können auch Brüche in gemischter Schreibweise subtrahieren. Alltagsbeispiel. Ihr wollt mit eurer Klasse in einen Freizeitpark fahren. Geil. Fahrzeit insgesamt 2,5 Stunden. Weniger geil. Ihr seid jetzt schon eine Dreiviertelstunde gefahren. Wie lange dauert die Fahrt noch? Wir müssen also rechnen. 2,5 minus 3 Viertel. Wie bei der Addition auch, müssen wir auch hier jetzt wieder die gemischte Zahl in einen unechten Bruch umwandeln. Heißt, wir wandeln die 2 Ganze wieder in 4 Halbe um und zählen dazu noch das übrige 1 Halb. Wir rechnen also 5 Halbe minus 3 Viertel. Jetzt brauchen wir wieder einen gemeinsamen Nenner und der ist bei 2 und 4 die 4. Also noch schnell die 5 Halbe oben und unten mal 2 gerechnet, haben wir die Aufgabe 10 Viertel minus 3 Viertel. Nun den Nenner wieder übernehmen und oben 10 minus 3 rechnen. Wir müssen also noch 7 Viertelstunden fahren. Da keiner weiß, wie lange das sein soll, wandeln wir das jetzt wieder in eine gemischte Zahl um. Die 4 passt einmal in die 7. Wir schreiben also eine 1 auf. 1 mal 4 sind 4. Bis zur 7 sind noch 3 übrig. Die hinter die 1 geschrieben. Einen Bruchstrich drunter und in den Nenner die 4 geschrieben. Und schon sehen wir, dass ihr noch... Oh mein Gott! 1 3 Viertelstunden fahren müsst. Naja, zum Glück war das ja nur ein Beispiel und du sitzt gerade ganz entspannt vorm PC. Wie auch immer. Ich schlage vor, du schaust dir direkt mal die Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt an. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Und wer weiß, vielleicht sitzt du schon bald tatsächlich im Bus Richtung Freizeitpark und stellst dir die Frage, wie lange dauert diese Fahrt denn noch? Viel Spaß!